Ciao Belli, Louis hier und zwar habe ich heute für euch einen Duft mitgebracht und zwar das ist ein sehr, sehr guter Duft und zwar vom Hause Al-Haramayn, ja, ist ein Middle East Fragrance definitiv und der Vorteil an dieser Sache ist, dieser Duft, der kostet so günstig, ihr bekommt ihn für 100ml unter 20€ mit einer hervorragenden Qualität, ja, gute, sehr, sehr gute Ingredienzen und der hat, der ist ein Klon, ja, vom Amouage Reflection Man, ja, also Leute, das ist echt wirklich klasse, ich zeige es euch mal hier, den hatte ich schon mal auf Englisch performt und da habt ihr ihn, das ist der Mystic Home von Al-Haramayn, Leute, der hat eine Performance, die ist wirklich abnormal, für diese Duftrichtung, ja, das ist ein süßer, das ist ein fruchtiger, der hält locker viereinhalb bis fünf Stunden durch, garantiert, okay, vor allem für die Preisklasse, super, 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 super günstig und, und die Identität, die DNA zum Amouage Reflection Man, die hat definitiv eine gute 85%, also zum Original, ich habe ja auch das Original und, wenn man links und rechts sprüht, einmal Original, einmal von Al-Haramayn müsste kommen, dann merkt man richtig, dass die DNA hier identisch ist, definitiv. Flacon, ja, ist ein bisschen unique, kann man sagen, ja, also nichts Besonderes, ja, sieht nicht schlecht aus, ja, aber an dem Flacon sollte man sich nicht dran halten, für jede Saison ist der definitiv tragbar, der ist süß, der ist fruchtig, der passt zum Winter, der passt im Sommer, ja, an Abenden im Sommer, wirklich super, 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 guter Alltagsduft, definitiv guter Alltagsduft, gute Ingredienzen, die hier, die anbieten, hier ist drin, Lavendel, Bergamotte, Orange, Minze ist hier mit drin, okay, Jasmin, Moschus ist hier mit drin, in der Basis, also, gute Ingredienzen, wirklich, und gut zusammengemischelt, wirkt nicht billig, gut, hervorragend gemacht, für den Preis definitiv eine Überlegung wert, ja, Unisexer Duft, definitiv, testet ihn mal, sagt ihm mir mal Bescheid, wie, was ihr davon haltet, ich finde ihn wirklich, als Alltagsduft, wirklich sehr, sehr hervorragend, vor allem die Preisklasse ist sehr, sehr gut, Alhara Main, Mystic, Hon, testet ihn, wir sehen uns beim nächsten Video, ciao Berlin.